Da fehlen ja noch zwei Viecher. Den machst du kaputt. Ich weiß aber nicht wo. Bitte auch angezeigt. Da! Ja, ach, ist ein Pfeil. Kann ich aktivieren? Ja. Auf. Ah, wir sind schon bei HHH. Wir sind jetzt bei der dritten Stage. Ja, klar. Okay, nach links. Ah, rechts. Wir sind bei der Wasserwelt. Nein. Geh nach links, rechts. Links, nach links, nach links. Doch, rechts. Uh, uh, uh. Juuu. Hm. Hier kommt nichts. Doch, hinter mir. Hast du grad gesehen? Ich hab den Instant gekillt durch das eine Item. Nee, hab ich nicht gesehen. Oh nein, unsichtbarer, glaube ich. Nee, unsichtbarer Clayman. Hier, hinter uns. Oh Gott, ist der Klein. Unterschätzt dein Schaden nicht. Alter. Weck mich. Fick dich Clayman. Pilz. Also, wenn wir mal uns kurz heilen müssen, dann einfach zu mir kommen, dann stell ich mich da kurz hin. Wieso, ich hab den Pilz auch? Ich hab aber vier Stück. Oh, krass. Deswegen. Okay, wir sollten wieder schnell einen Teleporter finden, komm. Guck mal her, guck mal her. Pena, was war das? Äh, das, ähm, bringt, zieht mich irgendwie an Enemy ran. Ja, du ziehst Enemy's Club damit an. Ja, genau, ich zieh. Oh. Oh. Da hat einer rechts das Fragezeichen aktiviert. Zwei Kolossen. Pam. Drei Kolossen. Ja, ja, ha, 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 ha. Oh, ne Brille. Oh, jetzt regnet's aber hier Kolossen, ey. Oh ja. Verdammt. Also, es gibt manche Items, da müssen wir nicht ausmachen, wer's nimmt, sondern es wär eigentlich für jeden was, da krieg's einfach der, der was am schnellsten nimmt. Ey, das weiß ich ja nicht, welche Items das sind. Richtig, deswegen nehmen wir's einfach. Das muss ich nehmen. Nein! Also nicht nein, dass du's nicht nehmen sollst, sondern nein, dass ich's genommen hab. Tut mir leid. Das ist nicht zu entschuldigen. Da kommt wieder die Gier durch. Was für Gier? Ich bin durchgelaufen. Jaja. Komm mal nach unten rechts jetzt hier. Also, ist eigentlich mittlerweile jetzt wieder so Anarchie bei den Items? Nein. Es wird auch nie jemand ein Item einfach so einsammeln, ohne dass jemand anders hier wär! Ja! Äh, das ist so ein Penner, das hätt ich eigentlich nicht nur Smacks überlassen. Ah, fuck, stimmt ja. Wär's Smacks. Das wär's noch nicht. Da kriegt er einen Guardian Heart, kriegt er. Ein Imp-Overlord, wo ist er denn, die Schwucke? Der bestimmt hier oben, kommt mal. Der Imp, der Imp, der ist da oben. Alter, hier oben gehst du da ab. Moment, das will ich sehen. Tatsächlich. Alter! Ich weiß nicht, ob ich da reinhüpfen will. Komm, kommt mit runter. Komm, springt einfach mit rein. Ich weiß echt nicht, ob ich das... Aua! Okay, ich muss scheinbar. Natürlich musst du. Äh, okay, hier geht's auch wieder ab. BAM! Uuuuhuuu! Alter, wie es hier abgeht. Zu viele Raketen. Erstmal heil. Au! Oh, danke fürs Zeilen heute, ne. So, jetzt kein Büro. Eieiei. Ich hab so gedacht, ihr bräuchtet Hilfe. Ja, aber ich... Halt! Die! Ah, der Kreis geht ab, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ey. Ohne Scheiß, ey. Was für alle, die es interessiert, der Kreis macht allen Schaden, die sich in ihm befinden. Und der wächst durch jeden Kill, den was einer von den Teamkollegen oder man selber macht. Komm, schauen. Na? Lad doch auf, Mann, die laufen wir... Ah, gut, hier. Alter, hier ist ein... Ja, lad auf! Ich muss kurz, ich muss kurz Leben aufladen, Alter, sonst verrück' ich. Komm mal hier unten, ja. Komm her, dann kriegst du mal einen Megapilz. Warte mal, ich komm. Ja, nimm den Spur hier damit. Alter! Mach der damage! Alter, mach der damage! Ich bin fast tot. Ja, ich auch. Ohne, jetzt kommt auch so eine wandende Vagina. Alter, wie ich fast tot bin. Tut sie weg von mir! Okay, warte. Ohne, die verfolgt dich. Ja, okay, dann kriegst du jetzt aufs Maul. Ey, bleib... Pass auf, da ist noch... Da ist noch... Ja, Brokkoli. Brokkoli. Ach, der kleine Wichser gibt immer noch, ey! Ja, Zahn! Hätte ich jetzt nix gesagt, ne? Ja, erzähl ich mir. Ich heil... Ich heil... Wer kommt halt her? Ja, mir sind sowieso... Die Zeit ist sowieso vorbei. 140, Alter. Also los. Oben sind tausende wahrscheinlich. Wir springen alle gleichzeitig rein. Warte, warte, warte auf mich. Ich will... Ich will zuerst. Äh, ne. Ich will auch mit. Wartet, warte halt! Ich gehe zuerst 3, 2, 1 und go! Go! Jaaaa! Alter, wie das Spiel anfängt zu lecken bei mir. Ja, bei mir auch. Alter, geht's hier grad ab. Verdammt, ich komm' da nicht hoch! Der kommt deine Tore hier oben, räume ich schon alles alleine auf, ey. Oh, der ist wieder... Wer hat das First Aid genommen? Sorry, aber ich muss hier vielleicht ein bisschen ausweichen, wenn ihr keiner bei mir oben ist und mir hilft. Ja, ich bin doch da und kein... kein Viechis mehr da. Ja, weil ich alles schon aufgeräumt hab. So muss das sein. So muss das sein. Oh, jetzt lade ich auf. Pam! In den Kopf. Sehr schön! Du Scheißqualle! Äh, Scheiß... äh, Dingsbomons. Ach, ich sammle Items ein, macht ihr die Marke kaputt. Aua! Ich sammle Items ein. Ach so, da links ist nichts mehr, gell? Ganz... warst du auch ganz links oben schon? Ganz links oben war ich noch nicht. Ja, siehst du. Kommt dann alle nach links, wenn du die Gegner kaputt gemacht hast. Ich muss ja auch noch welche kaputt machen. Ja? Musst du das wirklich? Nein, dann musst du uns nur einfach Items klauen. Ja, ich mach ja wirklich gerade welche kaputt. Bam, 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 bam! Wie einfach hier alles rumfliegt. Lila Dinger, Raketen, Blitze... Ja, so muss das sein. Oh, die lilanen Teile sind echt mega. Hast du gerade das N-Wort gesagt. Mega? Ja. Das N-Wort. Mega. Nuss. Oh ja, für dich's Maxi. Juhu, ne Brille. Wie viel oft hast du hier? Fünfmal schon oder? Drei Mal. Drei Mal. Erstmal noch Blint. Aber nicht. Okay, das war's. Da oben noch die paar Gegner. Ist ja da hochkommt, ist ja wieder alles weg. Bam. Monster Lock hast du eingesammelt. Natürlich. Hast du schon den Huntress freigeschalten, den was ich hab? Natürlich. Da ist nix. Okay. Boah, ey. 34 Minuten und wir leben immer noch. Ist doch gut, Alter. Und das bei der Schwierigkeitsstufe ist echt krass. Ja, kack einfach einfach. Kack einfach einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Boah. Juhu. Und Jumping. Ich will auch noch mal springen. Ja. Ja, du bist dich immer gesprungen. Hier, machen wir jetzt kurz bevor die Gegner. Was ist das hintere Item? Kacke. Äh, die Bomben. Minen. Da. Können wir mal bitte irgendwie zusammenbleiben? Bin runtergefallen. Ich auch. Oh, das ist alles mit der Fabian machen wir hier. Iiii. Hier ist der Teleporter hier oben auf einem ganz kleinen hässlichen kleinen Ministück. Kommt her. Okay, wir müssen hoch. Sofort. Wir müssen höher. Du bist doch zu niedrig, Penner. Ja. Ich komm, ja schon. Iiii. Iiii. Die, blab. Äh. Wir gucken, wie lange zu bauen. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Nein! Was ist das? Nein! Jawohl! Ich hab's geschafft. Puh. Ja komm her, komm her, komm her. So ein Toxic ist hier bei mir. Ja, ich schick dir ein paar Raketen rüber. Oh, das kann mir keinen Schaden machen. Haha. Äh, doch. Kann es. Alter, das Viecher für den Leben, lieber uns, ey. Drei Lebensbalken. Leck mich am Arsch, ey. Alter, und Schaden macht's auch wie behindert. Alter! 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 Alter, ich bin tot. Alter! Alter! Ich hab aber was ungelockt. Ich bin 50 Mal gestorben. Männer, du schaffst das! Du schaffst das, komm, go, go, go! Hast du es doch tot? Ja. Nein! Wir sind fast synchron gestorben. Das ist ja toll. Schafft nicht jeder. Aber Alter, das ist... Wir sind auch von einem einzigen Mitgegnet. Ey, ohne Witz. Die haben wir uns total auseinandergenommen. Aber so richtig, nicht nur so ein bisschen. Irgendwann wird's, äh, also ich denke mal, dass es Panner nicht schaffen wird, auch wenn ich den echt mag. Aber, ähm, das ist ja schlecht. Das heißt, es wär's dann erstmal für die ersten zwei oder drei Folgen. Äh, ich hoffe, es hat euch dann gefallen. Alter! Mir hat's, mir hat's, mir hat's nicht gefallen. Jaja, wir lassen dich ja noch machen. Ich wollt's ja nur sagen. Wir können... Dich nehmen jetzt dazu als Outro, wie du vor den ganzen Monstern fließt. Ach so. Als ob du es schaffst, guck dir das mal an, Alter. Jetzt steh mal deinen Mann und kämpfe! Jaja. Ja, erst mal beten. Es hilft dir auch nichts mehr jetzt. Ach süß. Du machst, du machst halt kaum Damage. Ja, ich weiß. Und ist fast tot, oder? Der eine, der große, da will mir die einschlagen. High five, gib für ihn zurück, auch. Wie leben hast du noch? Alter. Ähm, noch 637. Sag mal, hast du den Teleporter eigentlich schon aktiviert? Ja. Alter, mach mal die Vögel an, Alter. Wo ist mein Getränk? Ja. Go Paner! Go Paner! Go, go, go Paner! Nach rechts geht's nicht weiter. Shake, shake Paner! Ja, immer wieder nach rechts. Der macht keinen Schaden! Die offene Konfrontation suchen. Dodge. Alter, hab ich mit Viecher gesehen? Alter! Alter! Alter, ich bin fast tot! Nein! Ich pack das! Du lebst doch noch, was hast du denn? Eine Sterbe! Arz! Ich sterb! Ich sterb! Ich sterb grad, ich hab nur 170 Leben! Wie viele Sekunden hast du noch? Äh, noch 40! Noch 40 Sekunden?! Oh, guck sie das mal rein, wie viel das hin, ey! Hallo, ich will wieder zu dir! Die Buttons durchsmashed! Durchsmackst! Hey, der hat mich... Warum kann ich ihm nicht mehr zugucken? Ähm, ich bin, glaube ich, stummt! Oh, man kann im Chat schreiben? Wusste ich gar nicht. Hoden! Der war gut. Was? Jetzt schreibst du zu mir! Ich bin tot! Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs zugucken! Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's weiter ging! Der Penner ist tot! Mit Risk of Rain! Alles, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Haut rein, Leute! Ciao! 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 bedrooms